Wie kann China einen massiven Genozid an den Uiguren begehen, während Länder wie Russland oder Israel in der Weltpolitik und den Medien hart dafür verurteilt werden? Die Chinesen werden ja auch ein bisschen verurteilt, aber wir dürfen eins natürlich nicht vergessen. Hier wird jetzt mal eine Parallele gezogen, die ein bisschen problematisch ist. Dabei sollten wir mal ansetzen. Nach vieler Hinsicht, nach vielen Ansichten führt Russland einen Genozid in der Ukraine durch. Und wir müssen hier als Deutsche verstehen, dass Genozid nicht nur Holocaust bedeutet, die gezielte Ermordung, sondern als Genozid wird auch die geplante Auslöschung einer Kultur verstanden. Die Russen versuchen unzweifelhaft in Mariupol beispielsweise in den besetzten Gebieten die ukrainische Kultur auszulöschen. Da gibt es genügend Belege dafür. Das heißt, nach dieser Definition rechtfertigt das die Bezeichnung als Genozid. Die Chinesen machen genau das Gleiche mit den Uiguren. Die schlachten die Uiguren nicht in Massen ab, die stecken die nicht in Gaskammern, aber die versuchen die Uiguren als Identität weit genug auszulöschen. Wenn die Uiguren morgen alle sagen, wir geben den Islam auf und Mao ist unser Gott, dann werden sie wahrscheinlich ratzfatz in Ruhe gelassen. Aber das muss nur als Kontext verstanden werden, was mit Genozid gemeint ist. Israel ist nichts dergleichen vorzuwerfen. Das müssen wir auch mal ausdrücklich sagen. Sie hören jetzt irgendwelches Geschwafel von dem Genozid im Gazastreifen. Das ist die alte Geschichte, dass Israel den Völkermord an den Palästinensern begeht. Und ich glaube, als der Gazastreifen begann, hatte er 200.000 Einwohner oder irgend sowas in der Größenordnung. Und jetzt sind es 2 Millionen, 2,2 Millionen. Das wäre der erste Genozid, bei dem sich die Bevölkerung ver-x-facht hätte, während sie einen Genozid erlitten hat. Eine kulturelle Unterdrückung der Palästinenser findet nicht statt. Die arabischen Israelis haben volle Bürgerrechte. Sie haben Arabisch als Amtssprache. Sie sitzen mit einer Partei im Parlament. Sie stellen einen obersten Richter im Gerichtshof. Im obersten Gerichtshof haben sie einen Richter. Ein Polizeigeneral ist israelischer Araber. Sie sind im Militär, ich glaube, mindestens bis zum Dienstgrad Major oder Oberstleutnant, wenn nicht sogar Oberst. Das heißt, das ist schlicht nicht vergleichbar. Das nur in aller Offenheit, wenn wir einen solchen Vergleich ziehen. Warum ist es dort, warum allerdings wird sich, sieht sich Israel diesem ausgesetzt? Weil Israel es an anderen tut. Das dürfte einer der Gründe sein. Russen tun es an anderen, an den Ukrainern. Israel tun, was auch immer sie tun. Und wie gesagt, das Recht fährt nicht mitnichten die Bezeichnung des Genozids. Das ist einfach objektiv falsch. Wir können gerne darüber sprechen, dass die Israelis die Palästinenser falsch behalten. Man kann diskutieren, dass die Siedlungen grundfalsch seien. Und ein Verbrechen kann man. Das finde ich nicht. Ich sehe nicht, wo das antisemitisch wäre, zu sagen, dass die Siedlungen der Israelis grundfalsch wären und ein Verbrechen. Ich zumindest sehe nicht, dass es antisemitisch wäre. Ich habe mit den Siedlungen weit weniger ein Problem. Aber das ist eine persönliche Sache. Nur um das klar zu sagen. Ich will nicht sagen, jede Kritik an Israel ist falsch und die Israelis sind Engel und behandeln die Palästinenser wie Götter. Ne, das ist nicht der Fall. Da gibt es jede Menge Kritik und viel davon wird auch gerechtfertigt sein. Aber was sie nicht tun, ist ein Genozid. Aber um zu dem zurückzukommen, die Kritik ist, A ist an anderen und B ist halt weniger wichtig. Warum hat denn außer, ich glaube Erdogan, Hut ab, wie gesagt, ich bin gerne dabei Erdogan zu kritisieren. Aber ich glaube Erdogan müsste der einzige muslimische Staatschef gewesen sein. Zumindest war er der erste meines Wissens, der die Behandlung der Uiguren mit den Chinesen kritisiert hat. Sie erinnern sich, was in Pakistan passiert, wenn dort angeblich ein Christ einen Koran schändet, dann finden dort Pogrome statt. Wenn irgendwo was muslimisches ist, irgendwie Islam angegriffen wird, dann sagt die pakistanische Regierung macht auf oberislamisch. Und 300 Kilometer nördlich von ihrem Staatsgebiet sind die Uiguren in Arbeitslagern, in Lagern, die gerne auch Konzentrationslager genannt werden. Und kein Wort. Das ist, weil die Chinesen auch viel wichtiger sind. Pakistan braucht China. Schauen Sie sich an, welche Waffensysteme inzwischen alle aus China kommen. Der JF-17, ihr Kampfjets, können sie nur mit den Chinesen bauen. Jetzt haben sie J-10 gekauft als Kampfjet. Sie haben ihre Panzer, bauen sie zusammen mit den Chinesen. Oder die kommen direkt aus China. Ihr gesamtes Militär hängt in zunehmendem Maße von den Chinesen ab. Das heißt, die können sich militärisch, die sich schon gar nicht leisten, gegenüber den Chinesen aufzumucken. Wirtschaftlich noch gar nicht, reden wir noch gar nicht. Dass die, was mit der pakistanischen Wirtschaft los ist, wenn die Chinesen alle Investments stoppen und ihre Kredite zurückfordern. Das sind halt ganz andere Geschichten. Die Israelis haben ein bisschen Hightech und das wird gerne weltweit genutzt. Aber Israel hat nicht jeder Nation Milliardenkredite gegeben und verkauft jeder Nation die Waffen, die es zum Überleben braucht. Das sind solche Faktoren, die dann mit eine Rolle spielen. China hat sich derart ausgebreitet und über diese Themen habe ich ja heute eine schöne Menge Bücher bekommen. China hat sich in einer Art und Weise ausgebreitet, dass es einfach gefährlich wird, dagegen den Mund aufzumachen. Wenn ich heute als, wir alle haben es mitbekommen, was Frau Baerbock gesagt hat. Sie hat de facto die Wahrheit gesagt. Natürlich ist Xi Jinping ein Diktator. Sie hätte es auch noch deutlich härter formulieren können. Ihn als ein paar negative Begriffe und dann noch völkermordenden Diktator. Hätte sie ihn auch bezeichnen können. Das wäre die Wahrheit gewesen. Aber das Drama war, dass sie es gewagt hat, das dem mächtigen China gegenüber zu sagen. Und da sehen sie bereits einen Unterschied. Wenn man glaubt, die Israelis begehen einen Völkermord, dann kann man das sagen. Weil die Israelis von ihrer Macht her unbedeutend sind. Das denke ich mal, wäre die Erklärung dafür. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.